Auch in den drei Jahren, die er liebte, nicht so viel gemalt, ne? Das war es nicht, ne? Guck mal, und diese Pastelle, die sind immer so, wenn du ein Pastell machst, sieht immer aus wie von Cezanne, guck mal, ganz automatisch. Hier, Cezannez belonged to the upper-middle class, in his interests in soil societies to port, was food or not, only of artistic gifts, but also of his own experiments on the streets, to themes that set out her cupboards and bordellos, some examples of which he doesn't leave. Mhm. Drop-out. Ach so, kein Fotofil.